willkommen freunde der lapländischen einsamkeit heute ziehen wir weiter bei bestem wetter von skeleftea über finland bis nach kauta kaino das bereits in norwegen liegt das ist eine strecke von circa 600 kilometer und wir haben dafür ungefähr neun stunden und ein bisschen was gebraucht da wir einige zwischenstops einlegen mussten das klingt sehr schön finnjoki naturrastplatz gefällt mir und auch auf dieser strecke gab es wieder ordentlich schotterpiste so wir sind in finland eingereist ich muss jetzt zum corona test corona autopsie der ablauf bei der einreise in finland und in norwegen war immer derselbe es wird jeder angehalten und auf seinen impfstatus geprüft und bei nicht vollständig geimpften oder gar nicht geimpften werden die personalen aufgenommen und man bekommt eine adresse bei der man sich testen lassen muss wir konnten uns dann in diesen ländern frei bewegen und sind auch nie wieder nach einem test gefragt wurden also wir sind über die grenze nach norwegen dann haben sie uns nach kauta kaino geschickt zum testzentrum und da bin ich gerade gewesen das testzentrum ist hier und ich bin negativ heute zum zweiten mal so hier haben wir uns jetzt hingestellt in norwegen hinter kauta kaino und das ist unser erster freistehplatz haben wir noch nie gemacht und hier sind mücken das kannst du dir nicht vorstellen da ist schweden und scheiß direkt dagegen am nächsten morgen sind wir relativ früh aufgebrochen so gegen 9 uhr von unserem stellplatz der etwas hinter kauta kaino lag in richtung sky die das sind etwas über 200 kilometer und ich glaube wir haben da drei stunden oder so für gebraucht und diese straße hier abwärts richtung alta ist immer wieder spektakulär besonders bei diesem wetter auch wenn es vielleicht nicht ganz so rüber kommt aber es ist in der tat so und nach alta sind wir diesen hubschrauber begegnet diesen jungs auf den motor rollern die offensichtlich auch zum not cup wollen und diesen rentieren die irgendwie scheinbar nie genau wissen wo es hingeht haben wir den campingplatz genommen ja fast am nord kap und sind sagenhafte 23 grad ist es unfassbar ist echt geiles wetter hat man lange nicht mehr hier also schauen wir mal was der tag noch bringt wir wollen mal angeln gehen was einkaufen und unbedingt wir brauchen unbedingt neues bier dann sind wir angeln gefahren aber vorher haben wir noch einen kurzen abstecher auf diese brücke hier gemacht weil wir hatten noch nicht genügend renntierbilder in diesem jahr und mussten unsere sammlung hier vervollständigen genug renntiere gefilmt jetzt geht es dann richtig los auf zu unserem angel platz hier haben wir circa zwei stunden geangelt und fast jeder auswurf hat einen fisch gebracht ich glaube bei 20 habe ich dann irgendwann aufgehört zu zählen und nein das ist nicht immer derselbe fisch weil vorher das waren köhler oder see lachse und das hier ist ein dorsch wir haben an unseren ködern die wiederhaken abgemacht um die fische besser vom haken befreien zu können denn die meisten haben wir freigelassen so viel kannst du ja gar nicht essen letztendlich haben wir nur zwei fische mitgenommen fürs abendbrot das wetter hat sich leider zugezogen soll wohl jetzt die letzten die nächsten tage soll es wohl etwas kühler werden hier dann mal sehen was wir machen auf jeden fall haben wir heute sehr schön geangelt dieser platz ist meist von finnen besiedelt scheint auch die finnen die fischen den ganzen tag lachse die kommen immer mal kommen wir mal kurz hierher trinken zwei bier schlafen ein bisschen machen sich dann wieder auf essen was und machen sich dann wieder auf in den fluss hier unten um weiter lachs zu fischen und die fangen auch tatsächlich was und diesen lachs haben unsere wohnwagen nachbarn gefangen der ist relativ klein der ist nur 70 zentimeter die haben auch schon viel größer hier mitgebracht da unten das ist die katze die hauskatze und da unten dort ist der fischschlachter platz die hat jetzt die ganze zeit versucht hat irgendwas noch zu fressen zu finden neuer tag neues glück wir sind auf dem weg von sky die zum older fjord nach rossinnis zu einem steg an dem wir ein paar nordberg krabben zum armbot fangen wollen wie man sieht hat sich das wetter tatsächlich zugezogen und es hat auch nur noch 12 grad wir sind wieder mal an unserem steg am older fjord aber kein gutes angelgewässer mehr aber die gabi ist gerade wieder am krabben fangen ich glaube die krabben die fressen hier alles mit dem ganzen leicht von diesen fischen alles weg ich hatte das in einem früheren video schon mal erwähnt dass diese nordmeerkrabben eine plage sind und das kommt nicht von mir sondern das hat mir ein fischer erzählt und ich habe hier ein video von 2013 reingeschnitten und da war es noch so dass wirklich jeder wurf oder jeder zweite wurf brachte einen fisch und heute ist hier gar nichts mehr 2013 war das letzte jahr in dem wir hier am ende des older fjords fische gefangen haben heute kannst du hier nur noch nordmeerkrabben fangen 2015 und 16 war es dann immer noch so dass die krabben erst gegen abend so nah zum ufer kamen und hier vom steg aus gefangen werden konnten und heute kannst du zu jeder tages und nachtzeit hierher kommen und du wirst immer irgendwelche krabben finden und diese palette lag auch 2013 schon hier da sah sie nur noch besser aus als wir vom krabben fangen zurückgekommen sind habe ich mich erst mal auf mein fahrrad geschwungen es war so gegen die mittagszeit und bin richtung nordkap gefahren das hier sind geführte fischertunen auf flachs willkommen freunde der nordischen radtour hinter mir kann man sehen ich habe noch 153 kilometer bis zum nordkap mit meinem fahrrad aber das wird heute nichts mehr werden nein, das magst du natürlich nicht ich fahre nur meine 30 kilometer wie immer ich habe mich jetzt innerhalb von 10 knipskilometern und 45 minuten auf 238 meter hochgeschraubt mit dem kleinen fahrrad das war anstrengend aber wir machen das ja nicht zum spaß so, ab jetzt wird es gerade jetzt guckt euch doch nur diesen grandiosen Blick an diesen See dort das ist Bombe also, nur ein Fahrrad sogar hat es sich hier hoch, weil es fahren gelohnt ich drehe jetzt rum, jetzt geht es nur noch bergab 12,5 Kilometer, nur noch bergab juhu und nach der kleinen Fahrradtour sind wir dann auch nochmal angeln gefahren hier zu unserem Steg am Neverfjord, dort wo wir gestern schon waren in Wolken gehüllt es macht so viel spaß hier zu angeln, dass wir nicht anders konnten und einfach hier nochmal herfahren mussten ein mini Babydusch schöner Pollock Schöner Pollock hat er ja auf jeden Fall eine schöne Größe hat er eine schöne Größe hat er auf jeden Fall kommen wir nicht mehr gerne schöner kleiner Dusch Zu guter Letzt hatten wir sogar noch Besuch von einem Schweinswal. Ob es nur einer war oder mehrere, das können wir nicht sagen, wir haben nur diesen einen gesehen und wir wissen auch nicht, was es bedeutet, wenn der ein Schweinswal seinen weißen Bauch zeigt. Meint er, hallo Freunde oder meint er, verpisst euch oder hat es gar nichts zu bedeuten, man weiß es nicht. Und diese kleinen Seeschwalden haben ganz schön zu tun, die sind mega viele von so ganz kleinen Fischen, die sieht man da und dann kommen die Seeschwalden und warten, dass einer hochkommt, den sie sich schnappen können. Das war's dann auch erstmal für dieses Mal und im nächsten Teil waren wir das vierte Mal am Nordkap und sind dieses Mal sogar für Umme auf das Parkplatzgelände gekommen, um diese Kugel zu sehen. Haben diesen Wasserfall direkt am Campingplatz gefunden. Sind auf der Suche nach dem weißen Wal in Hammerfest und will der Turan nicht mehr so, wie wir das wollen. Also bleibt anständig, lasst euch nicht ärgern und grüßt alle, die ihr barfuß trefft. Kugel 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 Kugel